Po-Po-Pokemon Wi-Fi-Battle entspricht und ähm ja ich freue mich euch dieses Format ebenfalls in einem kleinen neuen Licht ähm zeigen zu dürfen. Das ist definitiv das Format, was sich am wenigsten verändert hat, weil es einfach generell, ja nicht unglaublich viel ähm sich verändern braucht, weil ja Zuschauer-Battles sind halt relativ einfach, ne 6 gegen 6, 1 also 1 gegen 1, 6 gegen 6, äh ne, ich gegen Zuschauer übrigens Freunde, bevor wir das Battle starten, ich wollte noch ganz kurz auf den neuen Schlingel-Shop äh aufmerksam machen ich habe einen neuen Schlingel-Shop, wo, Schlingel-Shop wo hier unter anderem Sachen wie diese Käppi und äh diesen Turnbeutel und was auch immer finden könnt, ne mit neuen Designs, mit einem riesen coolen So-Arc vorne, der übrigens ebenfalls von einem Schlingel kommt. Okay Leute, jetzt muss ich echt mal mein Lead picken gerade wie starten wir denn? Ich wollte nur das Ganze damit beginnen, weil es vielleicht äh, okay, womit beginnt ihr? Womit ihr beginnt? Okay. Weißt du was? Ich gehe mit Mr. Puff rein Ich gehe mal mit Mr. Puff rein Mal schauen, was er leadet Genau, äh, guckt euch auf jeden Fall mal den Shop an, Freunde da gibt's, äh, mehr vom Sortiment her mehr, es gibt mittlerweile Jogginghosen und alles mögliche, ne Also richtig coolen Stuff Ähm, College-Jacken und so weiter mit unseren ganzen Logos, also die Auswahl hat sich verbreitert Und die Designs sind ebenfalls Äh, naja, es gibt mehr Designs Ne, als vorher Guckt auf jeden Fall mal rein, falls ihr Interesse habt Übrigens Äh, ganz kurz noch, sorry, ich weiß Werbung, blabliblub, ne Uh, tatsächlich leadet er mit dem einzigen Pokémon, was mir Ekelhaft, äh, ne, okay Alles klar Falls ihr, okay Äh, Bilder Gemacht habt, ne Ich hab immer wieder per Instagram und Twitter Und so, hab ich Fotos von euch bekommen Wo ihr Schlingel-Merch tragt Und teilweise sind da echt coole Fotos darunter Äh, wenn ihr solche habt Und die mir eh eingeschickt habt Dann, äh, postet sie doch gleich auf der Seite Da, wo das Merch ist Einfach weil, ähm Ihr da noch 5 Euro Gutschrift bekommt oder so Falls ihr öfter auf dieser Seite unterwegs seid Dann ist das definitiv eine coole Sache Und, äh, ihr helft den Schlingeln Die sich, äh, entscheiden wollen Ob sie Merch haben wollen oder nicht Dabei, ob sie dies nun tun wollen oder nicht Weil, dann sieht man halt das Merch Live An nem Menschen Und nicht nur so im Shop, ne Und vielleicht sagen einige Ne, das gefällt mir dann doch nicht Oder hey, das gefällt mir mega Ja, und somit könnt ihr die Kaufentscheidung, ähm Ja, beeinflussen, sag ich jetzt mal Oder, ey Das Ganze einfach ein bisschen realer machen, okay Deswegen, ähm, falls ihr sowas habt Könnt ihr das gerne tun Wie gesagt, ähm, ihr verdient dadurch noch 5 Euro pro Foto oder so Äh, die ihr dann wiederum auf dieser Seite ausgeben könnt Ne, einfach Nur für die Leute, die ja eh schon Fotos eingeschickt habt Haben Okay So, Freunde Jetzt playen wir aber Er wird definitiv nicht für den Käfermove gehen Den, äh Der Bangedasu richtig krass trifft Aber warte mal Ich hab eigentlich Theresa Ich hab keinen Grund zu Bangedasu rauszugehen Weil, äh Er könnte den Käfermove raushauen Wenn er mich prediktet Ne, wir haben ja gelernt Dass Schlingel auch predikten können Er gibt für die Donnerwelle, okay Ich bin froh, bin ich zu Theresa rausgegangen Sehr froh sogar Übrigens, äh, Leute Sorry, dass ich euch mit all diesem Ne, Shopgedöns aufgehalten habe Aber ich Es war mir einfach super wichtig Das, äh, noch zu sagen Weil sehr, sehr viele mich nach Merch gefragt haben Und ich jetzt all die Monate keine Antwort hatte Jetzt gibt's wieder Merch Okay Ab jetzt Und, ähm Da gibt's auch keine Probleme mehr Mit den Bezahlungen und so weiter Das ist alles geklärt Das ist alles hinter uns Und Ja Genau Guck da auf jeden Fall mal rein Aber Was ich eigentlich sagen wollte ist Dieses Format Hat sich am wenigsten verändert Ich wollte das Ganze eigentlich ohne Rahmen Und ohne nix machen Weil ich den Bildschirm wirklich Auf die pure Action haben wollte Bei diesem Format Aber Ich weiß, dass ihr gerne Die Moves abcheckt Deswegen hab ich den, äh Ne, das hier hinter mir Damit ihr wenigstens noch ein bisschen Sneak peeken könnt Falls ich die Sets vergesse zu sagen Oder zu erwähnen Damit ihr einfach ungefähr wisst Was hier hinten, ne Für Attacken am Start sind Und so weiter Hab ich das hier noch eingeblendet Ne Wie gesagt Ist halt das Format Was sich am wenigsten verändert Aber was dennoch Äh Sehr cool werden wird Weil eben jetzt die Pokébank draußen ist Und wir endlich wieder Anständige Teams formen können Okay Freunde Ich gucke mal Was er dabei hat Hat er irgendetwas Was einen Flare Blitz resistet Vielleicht kommt er mit Mimikma rein Ich weiß es nicht Ich geh mal für ein Ehrlicht Einfach mal um zu gucken Ich glaube nicht Dass er drin bleibt Entweder geht er zu Pandagro Oder zu Mimikma Made in China Pandagro Oh Das ist Mimikma Oh Ich verbrenne immer gerne Mimikmas Leute Ich verbrenne immer gerne Mimikmas Made in China Alter Was für ein lustiger Name Okay Cool Freunde Jetzt haben wir das ganze gedünst Ne Sorry Tut mir leid Sugoi Ne Arigato Und so Es tut mir leid Dass ich das angeschnitten habe Aber Es sind wichtige Infos Und ihr habt schon lange darauf gewartet Deswegen dachte ich mir Direkt im ersten Battle raushauen Und dann wisst ihr Bescheid Freunde Jetzt geht es aber los hier Und ich habe Übrigens Den Knochenmerang auf Teresa Natürlich hat er 10% Chance Zu verfehlen Aber Genau für Mimikma Ist Knochenmerang eben gut Weil ich einfach Doppelt Mimikma treffe Und somit seinen Decoi zerbrechen kann Und ihm Damage machen kann Am Ende des Tages Sind es 2x50 Damage Also genau gleich stark Wie Erdbeben Man kann damit nur Fokus Session Julesa umgehen Und Knochenmerang wird nicht Abgeschwächt Von Tapu Boulos Grasfeld Okay Das ist auch noch Ein wesentlicher Faktor Weswegen ich Knochenmerang spiele Und nicht mehr Erdbeben So Jetzt kommt dann doch Dunkelklaue Die kratzt mich aber nicht So mit der Verbrennung Ne Und jetzt Schauen wir mal Was so ein Knochenmerang macht Ne Da endet Oder absorbierter Kostüm Spuckt der Tacke Jetzt gucken wir mal Was so ein Knochenmerang Macht Ja Immer noch ein bisschen Damage Ne Kann man auf jeden Fall Mal so sagen Alright Freunde Alright Jetzt gehe ich aber mal Raus Zu Will ich zu Mr. Puff gehen Einmal um den Bedroher Rauszuhauen Andererseits Vielleicht um ein Setup Zu fahren Ich weiß es nicht Ich gehe einfach mal Zu Mr. Puff Wir kriegen noch einen weiteren Bedroher Können danach Giftspitzen legen Je nachdem Können uns so ein bisschen Die Ne Das Momentum holen Übrigens Freunde Es tut mir auch mega leid Wenn ich jetzt Ne Dieses Video so mega verplant Begonnen habe Ich habe heute 10 Naja 10 Stunden gearbeitet Und 12 Stunden war ich da Und mittlerweile Es ist Oh Goddamn Es ist 23.30 Uhr Nice Und ich nehme die erste Folge auf Also ich habe wieder den ganzen Tag gearbeitet Und mein Kopf ist eh schon Richtig Am Arsch Freunde Dennoch Uh Leidteiler Oh Das ist böse Das ist böse Ähm Dennoch gebe ich natürlich mein Bestes Hier um ein Schönes Wi-Fi Battle Hinzubekommen Und ich habe das Gefühl Das wird eins Ich habe das Gefühl Das wird eins Auch wenn wir schon Relativ gut dabei sind Muss ich einfach sagen Ne Das war relativ Tricky Weil Das Ding ist Made in China Ne Leidteiler ist eine Normalattacke Und äh Teresa Immunisiert Neu Äh Normalattacken Von daher Muss er meinen Switch Schon äh Gerochen haben Was hat er noch für Pokémon Die mir irgendwie Ekelhaft kommen Oh Er hat ein Er hat ein Ähm Okay I see I see Er hat ein Gift Pokémon Von daher Äh Interessiert ihn Das eh nicht Da muss ich es so hinbekommen Dass das Gift Pokémon Reinkommt Wenn es Nicht unbedingt Passend ist Okay Weißt du was Ich gehe mal für den Gift Heap Gucken wir mal was es macht Made in China wurde zurückgerufen Kommt es jetzt rein? Wie kommt in den Was war wie nochmal? Oh du warst wie? Okay Du äh Hast leider Schwebe Und deswegen wirst du nicht gepäusent Aber vielleicht kriegst du die Poison Durch den Gift Heap Nope Kriegst du nicht Okay Ja Die Frage ist Was will wie jetzt tun? Ich hab halt Ich hab halt Knogger Und Knogger ist halt Jederzeit ein Switch hin Für wie? Wie hat Lichtkanone Donnerblitz Wall Switch Käfergebrumm Energieball Wird halt alles Mega heftig resisted Äh Von Teresa Will ich jetzt einfach wieder In Teresa rein switchen Oder Ach komm Wir haben noch so viele Pokémon Ich kann eigentlich relativ safe spielen Wenn ich will Und in Teresa rein switchen Ich mein Wenn ich schon Teresa dabei habe Für Elektro Pokémon und so Warum soll ich es dann nicht benutzen? So Er double switcht Zu Zedra King Das ist sehr gut Das ist super Ähm Hätte ich predikten sollen Dass das ein Bait ist Ne Äh Dass er extra da rein switcht Damit er mich baiten kann Damit er meinen Knogger rausnehmen kann Jetzt bin ich nicht sicher Will ich Zedra King Mit einem Schattenknochen Einfach rausnehmen Und predikte Dass er für den Energiefokus geht Um mein ganzes Team zu kritten Oder Ähm Glaube ich Dass er jetzt einfach angreift Um meinen Teresa rauszunehmen Weil Teresa einfach der Main Threat Für ihn ist gerade Ehrlich gesagt Würde ich jetzt gerne Einfach real Bleiben Drinbleiben Einfach einen Schattenknochen An den Kopf jagen Und ihn wegknallen Während er sich aufsetzt Aber um ehrlich zu sein Ähm Geht das leider nicht Ha Was machen wir denn da Hm Okay Okay Ich geh mal Ich geh mal zum Inuyasha raus Freunde Wir haben Inuyasha dabei MVP ist am Start Freunde Falls er auf den Surfer geht Dürfte ich es überleben Und ihn outspeeden Und dann Eine krasse Fassade Rausbekommen Er geht aber Für den Energiefokus Ich hätte für den Schattenknochen Gehen können Anyways Nicht schlimm Ähm Inuyasha Outspeedet Sedra King Meines Wissens nach Wenn er nicht Wassertempo hat Müsste er das auf jeden Fall Ich wäre sehr Arg enttäuscht Wenn nicht Ähm Ich kann für eine Fassade gehen Wenn er raus zu Gemini Äh Zu Dingens geht Ja Das ist ein totes Sedra King Wenn er raus geht Zu Mimikma Kann ich ihn abschlagen Ne Das war's mit Sedra King Deswegen Ähm Ja Jetzt habe ich ein vergiftetes Inuyasha auf dem Feld Was sehr wütend ist Und deswegen habe ich einfach mal Safe gespielt Schauen wir mal Wie weit wir hier kommen An der Stelle Ich bin noch relativ konzentriert Obwohl es wirklich ein harter Tag war Und es schon Relativ spät ist Warte mal Du kommst mit diesem Ding rein Why? Äh Ich habe Nahkampf Das ist vierfach effektiv Gegen dich Bist du schneller als ich? Hast du ein Scarf? Spielt man Scarf Auf Pandagro? Das Ding ist halt Ich könnte jederzeit raus Zu Mrs. Puff Und mit Roar Droppen Und die Nahkampf Den Den Ne Die Nahkampfattacke Oder so resisten Ich kann auch zu Caputoro gehen Äh Und die Kampfattacke resisten Es ist mega krass Also wenn man Viable Team dabei hat Was ein bisschen Ne Ein paar Typen Kombis Drin hat Yo Dann hast du auf einmal Drei Möglichkeiten Ne Ich könnte auch zu Gemini gehen Um den Nahkampf zu predikten Oder äh Um den Die Kampfattacke zu predikten Äh Ja keine Ahnung Also Ja gut Gemini wäre jetzt nicht so gut Weil er auch abschlagen könnte Whatever Aber Ja Ich meine Ne Ich könnte jetzt einfach drin bleiben Und sagen Okay ich outspeede Aber ich Wie gesagt Ich hab keinen Grund Ich kann safe spielen Ich hab keinen Grund Äh Zu overpredikten Das Ding ist Er geht halt nicht zu seinem Selesel raus Und somit lässt er alle seine Pokémon vergiften So Also ne Er hätte schon längst in sein Gift Pokémon Switchen müssen Da kommt der Himmelheap Jetzt bin ich gespannt Wenn er gesgabt ist Dann muss er rausswitchen Weil das Ding ist halt Ähm Ja Dann muss er auf Himmelheap bleiben Und dann muss er hard switchen Wenn er nicht gesgabt ist Dann wird er seinen Move jetzt ändern Und dann ähm Wird er ein krasses Problem haben Ich geh auf ein Siedewasser Weil er vielleicht zu Selesel rauswechselt Oder so Also er wird rauswechselt Die Frage ist nur zu was Ne Die Frage ist nur zu was Und ein Siedewasser Wär ganz okay Falls er vor hat Mit Selesel tatsächlich reinzukommen Irgendwie Setupen will Mit Ränkeschmied oder so Er ist auf jeden Fall gesgabt Okay Wie kommt zurück in den Kampf Ja Wie wird nicht mehr allzu lange überleben Mein Freund Äh Vielleicht kriegt er einen Bird Und vielleicht äh Habe ich heute mal Glück oder so Nope Okay Kein Burn Kein Siedewasser Burn Burns gibt's nicht mehr Bei mir auf dem Battlespot Leute Oder auf dem In den Se- In den Plateaus Ne Hier in den Äh Zuschau-Battles Äh Soll ich wieder zu Theresa Soll ich wieder zu Theresa rausgehen Er hat keinen Seedra King mehr Ehrlich gesagt Kann ich das tun Er hat keinen Seedra King mehr Ich kann einfach zu Theresa Ne Ich meine Theresa ist einfach da Um ihn zu stören So Theresa ist einfach ein Klotz Ja Theresa ist einfach ein riesen Klotz Was ihm im Weg stehen soll Ne Das Ding ist jetzt halt Ähm Mimikma ist bereits verbrannt Und hat keinen Decoy mehr Äh Seedra King ist tot Ähm Und alles andere So ein Schattenknochen Tut halt schon weh Ne Alles andere Also Wenn er raus geht Zu Seinem Starter Ne Hier seht ihr Ich muss immer ein bisschen Auf die Seite Wenn er zu seinem Starter geht Dann verreckt er einfach Ähm Äh Selassel bringe ich auch zum Sash Also es ist äh Mh Bisschen speziell Ne Jetzt ist die Frage Er wird raus wechseln Er kann nichts machen Ich geh vom Knochen ran Jaja Geh zu Selassel oder so Schau mal Sneaky Birch Was ist ein Sneaky Birch Ja Selassel Hast du ein Fokus Sash Du hast wahrscheinlich Ein Fokus Sash Oder Schaut euch jetzt mal an Wie ich den Fokus Sash Einfach Oh er hat gar keinen Okay Hätte dieses Selassel Fokus Sash gehabt Okay Dann hätte ich Den Fokus Sash Einfach kaputt gemacht Und deswegen spiele ich Jetzt Knochen rangen Auf diesem Ding Es ist einfach so viel besser Als Erdbeben Gerade weil Erdbeben Halt abgeschwächt wird Durch Gras fällt Und Knochen rangen halt eben nicht Natürlich kann man verfehlen 10% sind da Und das ist mega nervig Wenn es halt mal eintrifft Aber Ich meine hey Hey es sind 10% Und das kann man irgendwie Noch verschmerzen Däger Also mein Team Ist noch sehr gut Beisammen Mein Team ist noch Richtig gut am Start Hier So Ähm Ich kann rausgehen Zum Mr. Puff Kann wieder die Giftspitzen Legen wenn ich will Kann das Ding bedrohen Ich hätte auch zu Inuyasha rausgehen können Und die Dunkelklaue Immunisieren Danach abschlagen Er hätte kein wirklichen Switch hin Für einen Abschlag Oder für eine Fassade Ähm Aber ich gehe lieber Nochmal in Mr. Puff Einfach um den Damage Äh Um den Attack Drop Zu bekommen Äh Ich habe auch keinen Bock Einen Light Tiler Jetzt zu kassieren Auf Inuyasha oder so Ich gehe einfach Für die Giftspitzen Nochmal Jetzt wo Selesel tot ist Kann er die Giftspitzen Nicht mehr wegbekommen Und äh Ja Uh Ergibt für einen Clown Wettzer Interessant Okay Ja Ich sag mal so An Mr. Puff Wirst du Äh An Mr. Puff Wirst du nicht mehr Vorbeikommen Egal was du machst Du bist jetzt auf Minus 2 Ne Du hast deinen Bedroher Boost wieder auf Äh Gerundet Auf Minus 2 Was der Was der Burn dir Angetan hat So Von daher Bin ich relativ safe Mit dem Gift Heap So Ne Ich hab ein paar Ein paar Predictions In dem Battle gemacht Ne Äh Mit Knogga Das Ehrlicht Auf Made in China Gedrückt Ähm Selesel Mit Knochenrang Predicted Das ist halt super Wenn man so viele Möglichkeiten Hat auf das gegnerische Team Zu reagieren Und das ist auch das Was mir In den letzten Battles Extrem gefehlt hat Weil ich einfach Ich Das Ding ist halt Ich hab relativ wenig Zeit Um zu züchten Ich hab Ich hab viele Pokémon gezüchtet Bereits Aber Es sind halt Immer noch Sehr wenige Im Vergleich Und Ähm Deswegen hab ich einfach Viel weniger Pokémon Und Pokémon Typen Und bin auf dem Battlespot Immer wieder Gegen die gleichen Threads Ne Der Typ Gestein War übertrieben krass Ich hatte nur Pokémon Mit Steinschwächen Und so weiter Ähm Die ganzen Kapus Und so weiter Waren mega heftig Und jetzt hab ich auf einmal Ein Pokémon vor mir Und denke mir Hey cool Ich kann in das rein Switchen Ich kann in das rein Switchen Und hey Ich kann es mir sogar Leisten etwas zu Predikten Und wenn ich es verkack Okay cool Hab ich immer noch Sechs andere Pokémon So in dem Sinne Ne Wenn ich damals Was verkackt hatte Und meine Ähm Meine Wing Condition Weg war Das einzige Pokémon Was Die anderen Pokémon Aufhalten konnte Hab ich einfach Straight verloren Und das ist halt So ein bisschen Das Ding Was mich an diesem Meta Aufgeregt hat Oder Oder ein bisschen Gestört hat Dass ich einfach Nicht wirklich Ein Einfluss hatte Ne Auf Äh Ja Die Teams Oder Die Pokémon Klar hätte ich mir Mehr züchten können Aber das ist halt Immer so ein bisschen Mit der Zeit Verbunden So dieses Made in China Dürfte jetzt Eigentlich sterben Dankeschön Das war's mit Mimigma Äh Ja und ich fühle mich Sehr wohl Mit alten Oras Pokémon Die ich Äh Etwas besser kenne Noch als die Alola Pokémon Und mit denen ich Auch sehr gerne spiele Aber natürlich die Alola Pokémon Auch sehr sehr cool Deswegen versuche ich Immer so viel Mitzunehmen Wie es geht Nur eben Ab jetzt Etwas kompetitiver Und weniger auf Ja ist ja egal Wer gewinnt Sondern ich will halt auch Teams zeigen Die irgendwie Sinn machen Nicht dass Ihr jetzt Teams nachmacht Die absolut Müll sind Und damit zerstört werdet Keine Ahnung Von daher Ich will schon ein paar Teams machen Zum Beispiel Mr. Puff und äh Bangerasso sind ne super Super Core Mr. Puff hat Bedroher Resistet alle Kampfattacken Die Bangerasso Schwer heftig Treffen würden Weil Bangerasso Hat die Offensivweste Und äh Immunisiert Psychoattacken Die wiederum Mr. Puff Sehr krass treffen würden Weil der ja Physisch defensiv ist Während Bangerasso Speziell defensiv ist Naja versteht Also sie ergänzen sich Perfekt Das eine Ist physisch Kann Giftspitzen Setupen Könnte sogar noch Skull burnen Bangerasso ist mixed Ne Kann mit Steinkanten Kritten und äh Flammenwurf und Eistrahl Sachen wie Scherox oder Brutaland Das vierfach effektiv Treffen Also es ist ein Super guter Core Und dann haben wir noch Äh Kaputoro Was den beiden Äh Noch eine passive Regeneration gibt Zu den Überresten Und dem Der Offensivweste Mit Dem ganzen Und Jetzt kommt das Ding Ähm Das Erdbeben schwächt Die einzige Gemeinsame Schwäche Von Mr. Puff Und Bangerasso Ist Boden Und Erdbeben Wird einfach halbiert Durch das Grasfeld Was die beiden Sogar noch heilt Also Dieser Core ist mega heftig Kaputoro Schlägt mega heftig zu Genauso wie Inuyasha und Teresa Und Mit Gemini Haben wir noch Einen Fokussash User Den wir in Sandsturm Nützen können Und Dessen Fokussash Nicht einfach abläuft Nur weil jetzt Sandsturm draußen ist Ne Versteht Also das ganze Team Ist so ein bisschen Ausgedacht Oh Gott Alter Ja ich muss Zu Teresa Ah scheiße Das war jetzt blöd Äh ich geh mal davon aus Dass er für ne Pflant Ne er geht wahrscheinlich Für ne Ja er geht für die Geister Für die Geister Zettmutter Ich hab blöd Ich wollte eigentlich Zu Inuyasha raus Ich Idiot Ich Ah Ich hab Ich wollte zu Inuyasha raus Ich weiß nicht warum Ich ähm Ja das war ein Missplay Sorry Leute Ich hab zu lange gelabert Die letzte Sekunde ist abgelaufen Ich wollte zu Inuyasha raus Es war klar Es war klar Dass er nicht Für die Pflanzenattacke geht Weil äh Ja das ist einfach neutral Und das hier ist halt Neu Also Ja okay Es ist neutral Step Und man kann nicht mehr raus Switchen und 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 Ne ich weiß Bescheid Mit Inuyasha hätte ich das immunisiert Äh Fuck alter Warum Ich bin einfach nach unten gegangen Hier und hab geklickt Anstatt auf die rechte Seite zu gehen Mann war Okay das war richtig dumm gerade Okay sorry Missplay Aber in Ordnung Auch diesen Play hätten wir Relativ gut meistern können Den Z-Move Einfach mal ins Leere lassen können Äh Laufen lassen können Einfach immunisieren Und dann mit Abschlag Punishen Ne Einen Abschlag überlebt er halt einfach nicht So Oh warte mal Hat Warte mal Das probieren wir jetzt Ich probiere es einfach ne Weil wir eh schon vorne liegen Ich gehe mal für einen Abschlag Und will gucken Ob ich den Z-Kristall Immer noch abschlagen kann Obwohl er den Z-Move Schon verwendet hat Kann man den Z-Kristall abschlagen Trägt das zum Abschlag bei Oder Oder überlebt er das jetzt Oder wie sieht das aus Sehr effektiv Okay Wurde besiegt Es ist kein Krill Das heißt es hätte gereicht Äh Aber es ist kein Item abgeschlagen worden Das ist ja interessant alter Okay Interessant Interessant Okay Wie kommt zurück in den Kampf Wie Wird keine Chance haben Wir haben den Ruck zu keep Der Ach weißt du was Wir outspeeden auch so alter Wir outspeeden Es ist Scarved Könnte es Scarved sein Scheiß drauf Ich gehe auf Ruck zu keep Einfach um zu finishen Ja ihr seht also Das Team ist relativ Gut durchdacht Ne Ich hab genau Für Geist Pokémon Halt sowas Wie Inuyasha Ähm Mimikma Und die ganzen Pokémon Ähm Es ist halt Wirklich Ein Team Was für das Meta Ein bisschen Abgestimmt ist Wie gesagt Der Sandsturm Killt den Decoy Von Mimikma Nicht Deswegen hab ich keinen Focus Sash User Sondern Mimikma dabei Ah Du bist gescaved Ne Mhm Dann will ich jetzt Wirklich wissen Ob du gescaved bist Oder nicht So Wenn du jetzt Wieder von Himmel Heap gehst Dann Wirst du darin Gelockt sein Er geht von Knirscher Okay Das hätte Fast gereicht Alter Alright Okay Dann machen wir es Doch einfach mal so Ich will nicht Riskieren Will ich riskieren Also was heißt Riskieren Alter Ich müsste eigentlich Nur sacken Und dann Zurückschlagen Aber hey Ich will Ich will Ich will wenn ich Dummerweise schon Theresa sterben Haben lasse Obwohl ich Den Move sogar Predicted habe Will ich wenigstens 5-0 gehen Wenn wir heute schon mal Relativ solide gespielt haben Ausnahmsweise Ne Ich werde auch noch gleich Aufs Team eingehen Er ist gar nicht Gescaved Er hat den Patronenhieb Tatsächlich Okay Er ist nicht Gescaved Cool Dann habe ich mich Triggern lassen Dann habe ich mich Auf jeden Fall Triggern lassen Freunde Ich weiß gar nicht Was für eine Init Pandagro hat Auf jeden Fall Wie gesagt Wir hätten ihn mit Inuyasha schon längst Vierfach weg Knallen können Aber Das machen wir jetzt Einfach mit Kaputoro Ich könnte jetzt auch Zu Inuyasha rein Und das ganze Beenden Aber Wir bleiben einfach Trin Und beenden das Battle So Hat er Vielleicht Fokus-Sash gehabt Oder was Habe ich die Überreste Verpasst Ne das war glaube ich Grasfeld Ne was ich gesehen habe Keine Ahnung mehr Auf jeden Fall war Dass das Battle Gegen Drenny Oder Drenny Herzlichen Dank Fürs Mitmachen Freunde Beziehungsweise Drenny Freunde Ich gehe jetzt gleich Noch kurz aufs Team Einfach nicht Damit ihr wieder Fragt Yo was ist es Für ein Sid Und yo was ist das hier Und das hier Und das hier Ne Einfach damit ihr So ungefähr Einen Plan habt So Ja ich möchte Den Kampf Verlassen Okay Kann man seine Oh Gott Seine Pokémon Kann man gar nicht Ansehen Ne Ich glaube Seine Pokémon Kann man gar nicht Ansehen So Kann man Nein Nein kann man nicht Ah Ist es behindert Ja Egal Dann erzähle ich es euch Aus meinem Gedächtnis Wie gesagt Bangedas So offensiv fest Mixt Mit vierfach effektiven Attacken Für Sachen wie Farethorn Äh Xerox Und so weiter Dann Eichstrahl Für die ganzen Drachen Äh Egal ob sich das jetzt Um LiBeldra handelt Oder Garchomp Oder Keine Ahnung Wat Dann haben wir Ähm Baldorfisch Die die ganzen Kampfattacken Resistet Ähm Die gegen Ne Das andere Also Gegen die Desportar schwach wäre Bedroher raushaut Giftspitzen machen kann Ähm Vergiften kann Ähm Mit Mit Gifthieb Äh Skolden kann Ähm Ne Das eine ist physisch defensiv Das andere ist speziell defensiv Mit offensivweste Wir haben Kapubu Äh Tapubulu Um Das Grasfeld Aufzusetzen Damit Erdbeben Und äh Intensität Und all diese Moves Halb so viel Schaden machen Da beide meine Core Walls Äh Schwach sind Gegen Boden Pokémon Äh Dann haben wir Pokémon wie Teresa Die ebenfalls davon profitieren Dass Bodenattacken Abgeschwächt werden Aber auch Gleichzeitig mit Äh Knochenrang Perfekt austeilen können Weil das eben nicht Abgeschwächt wird Sie treffen Salazzles Mit Äh Also hier Salandit Äh Salandit Die Entwicklung Von Salandit Amphira Mit äh Fokus Äh Gurt Zweimal Weswegen der Fokus Gurt einfach nichts bringt Genauso wie sie Mimikmas Zweimal treffen Und einfach durch die Decoy schlagen Okay Dann hatten wir noch Ähm Ja generell Ja generell Tapu Bulu Der einfach mega krass Reinhaut Wir hatten Inuyasha Der Geistattacken Immunisiert Die vielleicht Gegen Knogger Und gegen Mimikma Stark wären Ne Vor allem für gegnerische Mimikmas Oder für gegnerische Knoggers Da wir immer Outspeeden Und abschlagen Können Und ein Knogger Ohne Kampfknochen Ist nichts Falls es den Abschlag Überhaupt Überlebt Okay Ähm Außerdem kann es nicht Geirrlichtet werden Weil es halt schon Vergiftet ist Durch die Poison Durch den Toxic Orb Und so weiter Also es Ne Wenn man den Toxic Orb Schon getriggert hat Dann kann man nicht mehr Verbrannt werden In den Switch In Knogger Kann aber direkt Kontern mit Abschlag Und so weiter Also das Team Ergänzt sich sehr sehr gut Und hat einen Richtig coolen Flow Also das Team Hat den ein oder anderen Gedanken dahinter Auch wie gesagt Dass durch den Sandsturm Der Decoy von Mimik Man nicht bricht Und man seinen Fokus Sash immer noch hat Okay Freunde Ich würde sagen Das war es mit diesem Battle Ich hoffe ihr habt was Daraus gelernt Ich hoffe Ähm Dass wir beim nächsten Mal Wieder so ein spannenden Äh Oder spannend Es war jetzt nicht Extrem eng oder spannend Aber da waren ein paar Coole Predictions dabei Und ich habe euch Ein cooles Team gezeigt Äh Ein cooles Battle haben Und Wer weiß Vielleicht kommen wir noch In die Bredouille Denn ich werde in der nächsten Folge Nochmal dieses Team verwenden Ich habe noch weitere Teams Für euch vorbereitet Die ebenfalls ein bisschen Mehr ausgedacht sind Und so weiter Freut euch also schon mal darauf Ich hoffe euch gefallen Die neuen Projekte Die gerade kommen Denn Ihr habt Äh Jetzt vier Der neuen Formate gesehen Eins wird noch kommen Und dann kommen halt noch Spezielle Videos Und so weiter Also Da dürft ihr wirklich Wirklich gespannt sein Ich glaube Jeden Tag so ein bisschen Abwechslung Das tut mir Und auch euch gut Und ich glaube Das fördert auf jeden Fall Wieder den Spaß An Pokémon Auf diesem Kanal Okay Freunde Ich würde mich sehr Über einen Daumen hoch freuen Wenn ihr mich unterstützen wollt Wir sehen uns im nächsten Part Schaut auf jeden Fall Die anderen Formate noch an VGC ist mega cool geworden Genauso wie die Schlingel Battles Oh mein Gott Was da für Battles Wieder eingesendet wurden Ähm Krasser als je zuvor Die X sind am prasseln Freunde Ähm Die Battle Royales Sind sowieso immer lustig Mit anderen YouTubern zusammen Und die Ja Zuschauer Battles Sind wahrscheinlich eh Die beliebtesten Battles Einfach weil Wir uns wieder mal Ein bisschen Zeit nehmen Um ein bisschen Pokémon zu spielen Freunde Okay Oh Gott Sorry Ähm Wir sehen uns im nächsten Part Haut rein Freunde Und äh Bis dann Tschüss